Wie kam ich auf den Song Nador? Die Idee hatte ich in Nador selbst, da war ich im Urlaub, saß da auf dem Dach des Hauses meiner Großeltern und hab mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich meine, viele von euch werden es auch kennen, ich bin in Deutschland geboren, ich fühle mich irgendwie zu Hause, aber auch nicht. Und das Gleiche ist auch in Nador der Fall. Also in Nador bin ich witzigerweise die Deutsche. Und das war halt der Moment, wo ich mir dachte, ey. Ja, Nador, so hab ich den Song geschrieben, dieses Kultur-Hybrid-Dasein fand ich total interessant, sehr spannend, die Sichtweisen und ich hab das versucht in den Song umzusetzen, so entstand Nador. Und das war's für heute. 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 Und das war's für heute.